So, heute haben wir mal das Schnitzelbaumer Schnitzelweiße. Ich habe keine Ahnung in welchem Glas das jetzt drinnen ist. Ich bemerke nur, dass bei einem der Schaum extrem schnell zusammenfällt, aber geschmacklich werde ich es mir jetzt mal zu Leibe führen. Ich fange mit dem linken Ohr. Ich denke, dass dieses Schnitzelbaumer ist vermutlich. Schmeckt halt eher wie ein helles. Keine Ahnung, vielleicht verdröme ich mich aber auch. Ich denke, das ist Franziskaner. Und der Schnitzelbaumer ist mir ein bisschen zu herb. Ich finde, das ähnelt sehr einem hellen. Auch der Schaum ist so schnell zusammengefallen. Ich würde mal sagen, ja, muss ich schon ein bisschen runtergehen. Mal probieren einmal. Nein, das ist mein Geschmack überhaupt nicht. 30 Prozent. 100 Prozent.